Ja, yo Leute, ja yo, yo Leute und willkommen zurück bei Portal im Koop, Portal 2 im Koop, Portal 1 hatte ja kein Koop, er winkt schon mal, das tue ich auch und ja, Moment, wo war das, was war, da war das Winken. Zuletzt stehen geblieben haben wir, dass wir Stage 1, 2 und 3 fertig haben und jetzt zu 4 gehen, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Du Konversos, du. Ja, ich hab mir deinen Namen jetzt endlich mal gemerkt. Fühl dich mal geehrt. Hab ich das gerade richtig gesehen? Neun Kammern jetzt? Super. Wer weiß, was jetzt alles auf uns zukommt. Ja, mal gucken. So, wir hatten jetzt die Lichtbrücken, wir hatten die Sensories schon. Das Gehen fehlt noch. Ja, das Springen und das Rennen, ja, und das Ding jetzt noch, ja, stimmt. Wir haben da noch einiges vor uns, du. Ja, geht schon. Da ich nicht gedacht hätte, dass ihr so weit kamen, kann ich diese neue Strecke nur für euch. Klar, das ist so nett. Ich habe mir gefallen, dass ihr euch sehr nahe gekommen seid. Ich glaube, das gefällt mir nicht. Tja, Pesch. Ich bewege mich mal zu diesem Knopf. Mache ich gar nicht. Hör auf, mich lustig zu machen, Mensch. Ich mache gar nichts. So, was bringt er, ah. Ja, warte, ich... Ah, was mache ich denn? Verdammt. Ich komme hinterher. Ich darf leider hier nicht von dem Knopf weg, weil... Soll ich dir zeigen, was passiert dann? Ich glaube, da bist du nämlich dort. Ja, da fällst du runter. Und da geht die, äh, die Brücke weg. Ja, die ist nicht... Das ist nicht gut da. Ich schieße auf dich. Ja, mach das. Ich laufe da weiter vor. Ich darf jetzt nicht weg. Das ist... Ich weiß jetzt ja nicht, wie ich da, äh... Wie ich jetzt... Warte, 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 warte. Ähm... Jetzt... Ah, jetzt time ganz genau, ja? Fosse! Ah! Ich habe gesagt, timer! Ich sehe, wie ihr euch gegenseitig sabotiert, staune ich über eure Freundschaft. Oh, man! Ich sag, timer ist ganz genau, weißt du, und was macht er? Ja, du... Vielleicht hätte sie da oben noch ein Portal hin. Oh, er hetzt mich nicht. Irgendwas sagt mir, dass ich das doch mal so setze. Hahaha! Und jetzt pass aber bitte auf, ja? Wie sieht's denn da unten eigentlich aus? Hast du irgendeine kleine, verschissene Fläche? Du hast das Rot da. Du hast Rot gesetzt, das heißt, du musst unter mir jetzt Orange sitzen. Ich geh schon mal hier weg. Ja, hallo, hallo! Ah! Okay, falsch. Nein, falsch. Anders. Du musst Rot setzen. Du musst Rot setzen! Äh... Jetzt hab ich nur eventuell ein kleines Problem, aber ist nicht so schlimm. Ich glaub, jetzt muss ich sitzen, ne? Ja, muss ich. Ist aber nicht das Problem, jetzt setz ich gleich einfach mal. Na, das schaffst du schon. Die Frage ist, wo ist die Fläche? Hier, da kommst du nie hin. Ja, toll! Das Problem ist, ich hab die Scheiße aktiviert. Weißt du was? So. Das hat natürlich jetzt nicht viel gebracht, aber gut. Das Problem ist, weil ich hab es aktiviert. Das heißt, wir müssen uns beide nochmal töten. Kein. Weil du kommst ja nicht zu dem Teil da hinten. Achso. Ah. Komm, bring dich auch mal eben, weil wir müssen leider zu zweit noch von vorn, danke. Pass auf. So. Du gehst bitte durch. Und ich springe dir nach. Das musst du natürlich setzen. Oh, Moment. Ne, da hab ich gesetzt. Das heißt, du musstest jetzt gleich am Knopf bleiben, ich geh runter dann, ja? Okay. Ich seh dich. Ih. Wow. Ich wär gerade beinahe zu früh runter. So, fertig? Boah, ja, kein Blödsinn. Äh. So, jetzt. Komm mal. Hi. Was los? Ja, komm mal erstmal her. Ja, ja. Ich muss mich doch mal einschleimen. Hallo? Hallo? Tut ja sonst keiner. Äh, ist... Sollen wir den Leuten sagen, dass du übrigens, du doch nicht mit aufnimmst, weil es irgendein Problem gab? Ich glaub ja, ne, weil die gehen ja vom ersten Part davon aus, dass du mit aufnimmst. Kannst du sagen. Gut, die haben schlecht jetzt gemerkt, aber... Naja, egal. Jo. Wart mal kurz. Ich habe mir das Gerede von Orange angehört und weiß wirklich nicht, wie du das aushalten kannst. Du hast eine Engelsgeduld. Ja, hab ich immer. Du bist nämlich richtig anstrengend. So. So, äh, du springst da, das heißt noch da von... Äh. Ähm, bringt das irgendwas? Äh, ist man zwar da drin, aber da... Das habe ich letztens erst noch mal gespielt gehabt. Du musst da irgendwie hin, oder nicht? Ich kann natürlich auch da hinschießen, wenn das irgendwas bringt. Naja, und dann müsste man nämlich von hier und von der anderen Seite... Weil da oben drin liegt eine Kugel, die muss da rein. Nö, ich... Nur wenn einer von uns da durchs... Äh, durch das hier irgendwie langkommt, dann geht das Vaporisierungsfeld kaputt. Warte mal, wir haben hier ein Feld, wir haben da ein... Da ist aber wiederum kein immer... Okay. Warte mal, wenn einer von uns... Ich spring hier mal... Ich spring hier einfach mal rein. Super, das hat jetzt nichts... Äh, ne, Quark, warte mal. Setz du deine Portale mal hier und dort. Genau. So, warte. Das... Ich glaube, ich setze das, ähm, ein bisschen darüber. Das war jetzt knapp. Verwischen, du. Alter. So. Gut. Äh, ich drücke mal den... Ich weiß nicht, ich hab das irgendwas zu bringen. Ja, ja, ich geb dir jetzt den Ball hier runter. Huff. Warte. Äh. Warte, ich setze... Äh, ja, warte. Nee, du brauchst den Ball, ja. Du brauchst den. Glaub ich. Warte. Ja, du brauchst den. Na, ich kann hier drin auch noch ein Portal setzen. Warte mal, stopp. Äh. Äh, wie müssen... Wie machen wir das jetzt? Die Sache ist, dass ich natürlich jetzt der Hauptboss dieses eines Feldes bin. Das Problem ist, wir brauchen da und da ein Fels. Frage ist, was machen wir. Irgendwie ist, äh, scheint ja die Fläche da recht... Oh, ich wollte das nicht machen. Ja, ja. Aber irgendwie scheint die Fläche da ja recht wichtig zu sein. Ich weiß nur nicht für was. Naja, ähm... Weil ihr eben... Ich kann das ja so machen, als könnte ich jetzt sagen, wir mal das machen. Das Problem ist, das bringt dir herzlichst wenig. Nein, weil du hängst genau auf das Feld fest. Ja, nee, warte, ich kann ja zurückkommen. Warte, 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 warte. Lass alles so, wie es ist. Haut, ja. Äh, nee, ich hab keine Portale von mir gesetzt, okay. So. Wir sind so gut. Ja. Ich kann nicht länger schweigen. Allein würdest du das Rätsel schneller lösen. Orange wirft dich zurück. So, jetzt ist es heiß. Was steht hier? Das Enrichment Center bittet sie sich, diese Früchte und Zahlen zu merken, da sie wichtig für das weitere Experiment sind. Die Zahlen, nicht die Früchte. Sieben Avocado... Oh, verdammt. Wo steht das? Das stand bei mir gerade. Bei mir nicht. Bei mir stand, dass du, äh, dass du mich voll zurückgibst, dass ich alleine die Tests besser schaffen würde. Das hat Gareth zu mir vorhin gesagt. Das war gar nicht nix. Das war GLaDOS-Entscheidung, oder? Naja, und bei mir stand es mit diesen komischen Früchten. Ja, klar, weil es ist ja auch nur mir erzählt, dass uns für dich ein Geheimnis bleiben muss. Jetzt hab ich es dir aber doch gesagt. Verdammt. Du, Orange und ich sprachen eben über dein Verhalten in den letzten Tests. Tja, das stimmt. Blue werden 75 Kollaborationspunkte abgezogen. Was soll das denn? Tja. Äh, was bringt uns das? Was? Na, hier. So. Und wir können einmal das machen. Und dann? Oder wir können das so machen. Und dann? Da kommt einer von uns rüber. Wie denn? Wir haben hier noch ein Feld. Soll ich gerade... Ach ja, warte. Ähm, warte. Soll ich da jetzt mal hoch, oder was? Ja, du fährst jetzt mal ganz hoch. So, warte. Bleib so. Mehr kann ich jetzt nicht machen, ne? Ja, das ist mir klar. Aber wenn... Aber die Sache ist, wenn du mir... Ich versuche jetzt mal was, warte. Wenn du jetzt das Gelbe da wegmachst, müsste ich sooo... Darüber springen. Und stehe ich zwar jetzt hier, aber... Das war nicht genug Schwung. Nee, das Ding ist allgemein zu tief. Aber das, ähm... Warte mal. Ähm... Geht das nochmal hoch? So, wenn ich hier... Für was hast du die Schräge dort? Was bringt dir diese... Na, wenn ich mich hier auf den Schalter stelle, dann kommt da oben was runter. Ja, warte mal. Ich hab... Ich hab die Idee. Und zwar... Äh, 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 in dem... An sich. Hau gleich das Gelbe mal dagegen. Dann spring ich, denke ich mal, gegen diese Sache. Währenddessen solltest du dich schnellst wie möglich kümmern, dass... Dass da eine Fläche ist, dass ich vielleicht darüber komme. Ja, ich... Guck mal, das Rote ist da unten, wenn ich das... Ich... Du verstehst, was ich meine, ja. Ja, jetzt ist Teil... So geht's natürlich auch. Jetzt brauchen wir da die Fläche, damit ich... Damit ich da rübergetrieben werde. Na, jetzt musst du... Kannst du hier oben dein Portal setzen? Setz... Ja, klar. Und dann... Warte, 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 ich hab... Warte. Genau das... Das habe ich doch gemeint. So, jetzt gibst du mir den Würfel runter. Ich lass ihn einfach fallen, ja? Ja. Also ich bin da, die Frage ist, äh... Na, ich komme jetzt auf dem selben Weg da hoch wie du. Kriegst du das denn mit deinen eigenen Portalen geregelt oder... Weil ich kann hier nicht viel machen. Warte. Ich kann leider nicht sehr viel machen, ja. Ich gucke dir jetzt einfach mal kurz... Ich gucke dir mal deine Perspektive mal zu. So. Du musst schnell arbeiten. Ich hab hier... Warte, warte mal. Redest du mir mal hier rein. Ich hab hier rot, dann ist da drüben... Du musst schnell arbeiten. Gelb. Du musst schnell arbeiten. Ne, warte mal, du... Ich seh grad bei dir, du kannst da hier oben, wo das Blaue rauskommt, in Portal setzen. Du kannst hier in Portal setzen. Wenn du weit vor genug läufst, kannst du auch hier unten in Portal setzen. Ja. Das... Mehr kann ich nicht machen. An dieser Schräge zum Beispiel kann ich... Ach doch, an die Schräge komme ich ja auch. Versuch's mal. Setz mal ein Portal hin. Wohin? An die Schräge. Okay. Ähm... Dann setz... Dein... Nee. Ich geh... Ich geh lieber vor, ich sag mal nochmal runter. Jetzt gehst du sowieso runter. Du hast es ja so gemacht, dass du das, während du da runter gingest... Genau, warte mal. Ich glaube, dass... Ich glaube, dass wir hätten... Wir mussten das mit deinen Portalen anfangen. So, pass auf. Äh, was hast du? Das Dunkelblaue, ja? So, hier unten ist es Dunkelblaue. Und bei dem... Jetzt muss ich schnell arbeiten, wa? Fertig? Bist du ganz oben? Ich bin ganz oben. Ja, genau. So, warte. Was war... Was... Ich werd an die Wand gepresst. Oh, la, 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 la. Entschuldige. Warum war mir das in die Arsch klar? Ey, wir müssen die Parts auch mal ein bisschen strecken, ja? Ja, aber mit sowas, oder was? Ja, tödisch. Warte, tödisch. Hallo? Er hat nicht gesch... Ich hab da geschossen, du hast es gehört. Immer diese Ausreden. Ey, bin... Halt zum Naul, ja? Jetzt gibt dir Mühe. Das wäre beinahe wieder schiefgelaufen. Ach ja. Wenigstens zum Abklang noch. Wenigstens tot. Warum denn nicht? Vielleicht, weil wir uns gegenseitig töten? Anscheinend. Wir sind ja auch ganz böse. Wir sollten uns schämen. Nichts. Ja, ganz böse schämen. Aber du weißt, dass der Part jetzt hier zu Ende ist? Ich hab keinen Timer, ich weiß es nicht. Aber zu dem Laberti uns jetzt hier dicht? Nein? Gut, Leute. Wir sehen uns dann gleich im nächsten... Gleich im nächsten... Wir sehen uns im nächsten Part, würde ich sagen. Ich habe leider den Anfang verpasst. Ich erzählte gerade der Montageeinheit, dass ihr immer menschlicher werdet. Wir denken, es reicht. Da halt die Klappe. Ich will mal eine Abmoderation machen, Gerdos. Gut, wir sehen uns, wie gesagt, beim nächsten Part. Bis dahin und tschau. Tschau. Bis dahin und tschau. Bis dahin. Jetzt ist es noch gut.